Das heißt, habt den Glauben Gottes. Und wie können wir den Glauben Gottes haben? Der Heilige Geist, wenn er kommt, in ihm sind alle Früchte und alle Gaben. Er hat nicht nur die Früchte, er hat nicht nur die Gaben. Er kommt innen rein, um durch uns die neun Früchte des Heiligen Geistes hervorzubringen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Gute, Gute, Barmherzigkeit, Treue, Sanftheit, Enthaltsamkeit. Es gibt neun Früchte und neun Gaben. Und jeder weiß, dass das mein Lieblingsthema ist, aber es ist nicht das Thema für heute Abend. Und es gibt einen höheren Weg, durch die Früchte zu den Gaben zu kommen. Aber was ist eine Gabe? Eine Gabe ist ein Gewand. Und wenn ihr die Bibel öffnet in Lukas 24,14, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Und es heißt, und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters senden. Als ich in Rotterdam war, habe ich ihnen erklärt, was es bedeutet, gesalbt und begleitet zu sein. Und ich bat die ganze Gemeinde vorzukommen. Und sofort hat der Herr mir in den Mund gelegt, sende die Verheißung, sende die Verheißung. Und ich sagte, bring die Verheißung nach. Vater, sende jetzt die Verheißung. Der Heilige Geist ist die Verheißung. Und plötzlich fielen Menschen um in der Kraft des Heiligen Geistes. Keiner hat sie berührt. Und die Kraft Gottes kam auf mich, und mein Übersetzer musste mich schützen. Und als ich wieder die Kraft erlangte, ging er runter. Und er ging mit dem Gesicht nach unten. Und so etwas ist ihm noch nie passiert. Die Menschen gingen einfach runter in der Kraft des Heiligen Geistes, und niemand hatte sie je darüber gelehrt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Für manche ist das zu viel. Denn es ist die Herrlichkeit Gottes, die in Kraft kommt. Und es gibt einige Leute, die da nicht dran glauben. Und dann werden sie teilweise sein wie König Saul. König Saul war zufällig unter den Propheten, und er wurde auch niedergemacht. Und jeder öffnete seine Augen in Überraschung und sagte, ist Saul auch unter den Propheten? Als Paul auf dem Weg nach Damaskus war, da glaubte er auch nicht daran. Oder? Er hat nicht daran geglaubt, weil er noch nicht bekehrt war. Boom! Er ging runter. Und die Herrlichkeit Gottes kommt. Ich erinnere mich daran in England, als der Herr die Frau mit MS halte, sie brachte ihren Ehemann am nächsten Tag. Er war nicht errettet. Er glaubte nicht an Gott. Aber er sah das Wunder Gottes bei seiner Frau. Und er war sehr, sehr groß. Fast zwei Meter hoch. Ein sehr großer Mann. Und ich fragte ihn, willst du dein Leben Jesus geben? Und er sagte, ja. Wie ein Kind. Also habe ich ihn im Gebet geleitet. Und ich nahm meine Bibel und ging zurück zur Kantel. Aber ich hörte hinter mir ein Geräusch. Boom! Ich schaute hin und er lag flach am Boden. Niemand war da, um ihn zu fangen. Ich denke, die Menschen hätten sich den Rücken gebrochen, wenn sie versucht hätten, ihn zu fangen. So eine Masse von Mensch. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und wir werden davon mehr und mehr haben. Als der Heilige Geist kam für den ersten Mal, der Heilige Geist ist es in einem massiven Weg in den letzten Tagen. Und das ist die Verheißung meines Vaters. Wenn diese Kraft in dich reinbraten würde, sie würde in dich explodieren, und du wäre nichts. Deswegen kann sie nur auf dich kommen. Hört bitte gut zu. Ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, nicht in euch hinein. Das ist ein Unterschied zwischen Gaben und Früchten. Aber ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr bekleidet seid. Bekleidet. Nicht erfüllt, bekleidet. Mit Kraft aus der Höhe. So seht ihr, dass da ein Gewand ist. Joseph hatte ein buntes Gewand. Viele verschiedene Farben. Und dieser Joseph ist ein Beispiel für Jesus. Jesus ist derjenige, der gesalbt ist, zu retten. Er wurde schon gesalbt geboren. Die Salbung kam nicht erst später. Denn Mashiach bedeutet Messias, also der Gesalbte. Er war bereits gesalbt als das Wort Gottes, bevor er in den Körper kam. Und wenn ihr nicht wisst, was die Salbung ist, dann könnt ihr vielleicht Kassetten kaufen. Wir haben da verschiedene zu diesem Thema. Es geht um Berufung, Erwählung und Bekleiden. Und da gibt es sehr viele falsche Lehren in den Gemeinden. Und du sagst dann vielleicht, naja, du setzt dich damit über alle anderen Lehrer. Das Wort Salbung kommt aus dem Alten Testament. Das Wort Salbung kommt aus dem Alten Testament. Und als es ins Griechische übersetzt wurde, hat es an Bedeutung verloren. Also müsst ihr nachschauen, was es im Alten Testament bedeutet hat, bevor ihr ins Neue geht. Und weil viele Prediger nicht am Judentum interessiert sind, verpassen sie das. Es tut mir leider so sagen zu müssen, aber das ist so, Realität. Und es bringt oft viel Verwirrung in unseren Verstand. Wenn ich zu euch predige und euch lehre, gibt es dann einen Sinn und bringt es Ordnung in euren Verstand? Ist es nicht klar und gerade, und da ist keine Verwirrung, keine unbeantworteten Fragen? Und so seht ihr, Jesus war gesalbt, aber der Gesalbte musste getauft werden. Denn so wird alle Gerechtigkeit erfüllt. Und er sagt, lass alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Und so einige glauben daran an das Fallen im Heiligen Geist, einige nicht. Einige glauben an die Taufe im Heiligen Geist, andere nicht. Einige glauben an die Wassertaufe als Erwachsener, andere als Kind. Einige glauben an göttliche Heilung, einige nicht. Ich kann euch nicht sagen, was ich glaube und was ich nicht glaube. Ich glaube einfach der Bibel. Ich bin so unabhängig, ich höre da nicht auf irgendjemanden, sondern auf den Heiligen Geist, was er mir erklärt. Und wenn ich manchmal so irgendwie über anderen, als würde ich über anderen stehen klinge, dann denk daran, dass ich unabhängig bin und den Heiligen Geist selber lerne. Ich gehe an die Heilige Schrift einfach mit einem ganz anderen Hintergrund ran. Und das muss getan werden, bevor Jesus wiederkommt. Und ihr habt das völlige Recht, über alles zu urteilen, was hier geschrieben ist, was ich sage. Als Jesus getauft wurde, und er kam aus dem Jordan heraus, kam auf einmal der Heilige Geist auf ihn. Und wenn der Heilige Geist kommt, kommt die Bekleidung, das Gewand. Und sein Dienst begann. In Matthäus 3 lesen wir von seiner Versuchung durch den Teufel in der Wüste. Kapitel 4, Vers 17, da heißt es, dass er Buße lehrte. Und Vers 23 sagt, er fing an zu lehren zuerst, dann das Evangelium zu verkündigen, Nummer 2, und dann begann er zu heilen und Zeichen und Wunder zu tun. Das ist die Reihenfolge. Denn durch die Lehre fangen wir an, die Prinzipien des Königreiches zu verstehen. Durch Verkündigen werden wir wiederbelebt. Halleluja. Wir bekommen die gute Nachricht. Oh, da ist Hoffnung. Durch die Verkündigung gibt uns Gott den Geist des Glaubens. Deswegen ist eine der Gaben die Gabe des Glaubens. Aber es ist immer noch vom Heiligen Geist. Als also Jesus begleitet wurde mit diesem Gewand, und selbst der Messias musste begleitet werden, hatte er alle neun Gaben des Heiligen Geistes. Aber er lehrte uns in Kapitel 22 des Matthäus-Evangeliums, beachtet alles und tut das, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten euch lehren. Aber tut nicht, was sie tun. Hört zu, was sie sagen, denn sie haben gesunde Lehre und sie sitzen auf dem Sitz Moses. Und was sie reden ist gesund, das ist gut. Aber sie haben nicht die Frucht davon. Und Jesus sagte, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und Jesus war nicht nur mächtig, er war auch demütig und sanft. Er sagte, kommt alle zu mir, die ihr beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Lernt von mir, dass ich sanftmütig und demütig bin. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und die Leichtigkeit darin, mit Jesus zu gehen, ist in der Frucht und nicht in der Gabe. Aber wenn wir von ihm sanftmüt und Demut lernen, das führt uns dann zu dem Thema, wo wir uns darüber unterhalten haben, Demut und ein zerbrochenes Herz ist der Anfang von der Zerstörung des Selbst. Gott ist der Schöpfer von Dunkelheit und Licht. Und er ist der Schöpfer des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott hat es getan, nicht wahr? Gott hat diesen Baum geschaffen, der Baum ist nicht zufällig gewachsen. Gott hat sogar Lucifer geschaffen. Gott hat sogar die Schlange geschaffen. Ist das nicht wahr? Ist das nicht wahr? Habt nicht Angst, das zu glauben. Lasst den Herrn euch in diese Richtung führen. Der Herr hat den Garten Eden angelegt. Er hat den Baum des Lebens geschaffen. Und dann hat er uns geschaffen. Und hat uns dort reingesetzt. Zusammen mit diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und mit dem Baum des Lebens. Und mit der Schlange. Warum? Das ist meine Offenbarung. Nimm es an oder lasst es bleiben. Gott schafft Dunkelheit. Gott schafft Licht. Gott ist allmächtig. Deswegen hat er Gewalt über alles. Über Gut und Böse. Er kennt das Böse. Aber er ist gut. Seht ihr, er hat den Geist des Stolzes geschaffen. Um seine Engel zu testen. Das ist, was ich empfangen habe vom Heiligen Geist. Um sie zu testen. Um ihre Treue zu testen. Und Stolz an sich selbst. Ist nicht schlimm. Denn es kann Respekt und Ehre bedeuten. Es kann dir gegeben werden, damit du es an andere weitergibst. Und andere ehrst und respektierst. In diesem Sinn ist Stolz nicht schlecht. Ein Vater kann stolz sein auf seinen Sohn. Er kann stolz sein auf seine Familie. Er kann stolz sein auf sein Geschäft. Er kann stolz sein auf seine Errungenschaften. Correct. Aber er darf nie vergessen, dass es nicht das Selbst ist, das es zustande gebracht hat, sondern Gott, der Schöpfer. Und es ist immer das Selbst, das zu nichts gemacht werden muss. Und durch den Geist des Stolzes hat Gott die Engel getestet. Wie viel sie auf sich selbst bezogen sind. Auf ihre eigene Ehre. Oder wie viel es ihnen um die Ehre Gottes geht und wie viel sie Gott dienen wollen. Hört zu, Engel sind keine Automaten und keine Maschinen. Sie haben auch einen freien Willen. Einer der Beweise ist, dass Lucifer gegen Gott rebelliert hat. Das ist der freie Wille. Und wenn ein Engel heute gegen Gott rebelliert, dann muss er in die Reihen von Satan gehen. Also es ist offensichtlich, dass Gott ihnen einen freien Willen gegeben hat. Wie wir einen freien Willen haben. Aber sie sind nicht Fleisch und Wohl wie wir. Sie sind nicht auf dieser Erde. Sie sind hier nur, um uns zu dienen, wie sie von Gott von oben Anweisung bekommen. Als der Geist des Stolzes von Engel zu Engel ging, kam er zu Lucifer und sagte, du bist schön. Du bist großartig. Du kannst so hoch sein wie Gott. Dein Thron kann sogar noch höher sein als Gottes Thron. Und Lucifer hätte sagen können, Nein. Gott hat mich geschaffen für sich selbst, nicht für mich selbst. Er könnte das gesagt haben. Aber er hat es für sich selbst genommen. Er hat den Geist des Stolzes geschluckt. Und der Geist des Stolzes kam rein. Und es war dann wie angeklebt an das Selbst von Lucifer. Und wir lesen in Hesekiel 28, dass Lucifer gefallen ist. Der bedeckende Cherub ist gefallen. Der Prinz. Und er wurde verbrannt. Und verlor seinen Körper. Und er ist jetzt ein Geist, der aus seinem Körper ist. Das bedeutet, er hat die Realität verloren, wie wir Menschen sie kennen. Versteht ihr das? Die natürliche Realität, wie wir sie kennen, die hat er verloren. Das Einzige, was geblieben ist, ist eine Welt voller Illusionen. Und die Welt der Illusionen ist eine Welt der Lüge. Johannes 8, 44, sagt, Johannes 8, 44, sagt, dass der Teufel ein Lügner ist. Er ist der Vater der Lüge. Und wenn immer er spricht, spricht er immer eine Lüge. Er kann keine Wahrheit sprechen, weil keine Wahrheit in ihm ist. Und als er zu Eva kam und sagte, du kannst groß sein, da war das Böse bereits groß. Eva war bereits groß. Und Adam war auch bereits groß in Gott. Aber sie haben das nicht erkannt. Weil sie nicht wussten, was gut und was böse war. Also konnten sie die Schöpfung Gottes nicht schätzen. Wir wissen, dass Licht besser ist als Dunkelheit. Eva wusste das nicht. Wir wissen, dass Wärme besser ist als Kälte. Wir wissen, dass Liebe besser ist als Halt. Aber dieses Wissen kommt von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und so seht ihr, dass das ein Segen war. Jetzt nach Jesus können wir sagen, das war ein Segen. Vor Jesus, nein. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Halleluja! So that we don't have to go into self, he becomes the new Adam in us and the old Adam, the self, is destroyed. Damit wir nicht in uns selbst hineingehen müssen, sondern dass wir den alten Adam ablegen, der wird zerstört, und wir bekommen den neuen Adam. Und jetzt müssen wir mit seinem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Also haben wir heute kein Problem mit dem Teufel, nicht mal mit dem Stolz, mit dem Selbst. Das Selbstsuchen, das Ego, das Ich. Und das ist, was der Herr an mir arbeitet, und das möchte ich euch mitteilen. Nun, weil das Selbst so stark in uns ist, werden Diener da reingezogen. Und sie fangen an, euch zu lernen. Du musst so beten. Du musst fasten. Du musst die Waffenlustung Gottes anziehen. Du musst das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Du musst dies und jenes tun. Das sind alles Werke des Selbst. Gott ist keine Maschine. Du kannst ihn nicht manipulieren. Du kannst ihn nicht manipulieren. Du musst frei sein vom Selbst. Dann wird er dich mit sich selbst füllen. Er wird dich mit seinem Geist füllen. Seht ihr, das ist nicht länger abhängig von euch. Denn ihr habt euch nicht selber auf diese Erde gebracht. Der Herr hat euch auf die Erde gebracht. Er ist verantwortlich für euch. Er ist euer Vater. Habe ich meinen Vater gebeten, mich zu schaffen? Nein. Ich lebe in völliger Zufriedenheit beim Vater, weil ich weiß, dass er verantwortlich für mich ist. Was auch immer in meinem Leben passiert, manchmal gut, manchmal schlecht, dann sage ich, Herr, was hast du vor? Und der Herr sagt, vertraue mir. Vertraue mir einfach. Er nimmt mich einfach an der Hand und kenne mich durch. Und ich lerne. Es ist ein wundervoller Landprozess. Der Herr lehrt und lehrt und lehrt uns. Wie wir werden können, wie Jesus, der völlig selbstlos war. Aber selbst er musste mit dem Selbst kämpfen. In Gethsemane. Er sagte, bitte, lass diesen Leidenskelch an mir vorüber gehen. Nur das Selbst leidet. Wenn Selbst tot ist, dann gibt es kein Leiden. Und dann sagte der Wille des Vaters in ihm, dein Wille geschehe. Und dann war noch einmal ein Kampf im Sohn Marias. Und am Ende sagte er, dein Wille geschehe. Er hat überwunden das Fleisch. Denn er musste das für uns, um es leicht für euch zu machen, euch und mir zu helfen. Er musste in allem versucht werden, wo wir versucht werden. Und dann wurde alles leicht, als sie die Nägel durch seine Hände geschlagen haben. Er sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Könnt ihr euch das vorstellen? Dir werden starke Nägel durch das Handgelenk getrieben. Und du sagst, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber wenn du frei bist vom Selbst, dann wirst du das verstehen. Und Jesus sagte, dafür wurde ich geboren. Dafür bin ich gekommen, um mein Leben niederzulegen für den Sünder. Das ist völlige Selbstlosigkeit. Der Vater ist selbstlos. Er ist dem Sohn unterworfen. Und der Sohn dem Vater. Der Heilige Geist ist beiden unterworfen. Einer ist dem anderen unterworfen. Sogar wir sind unterworfen. Ich bin abhängig von dem Leben in mir. Ohne Leben kann ich nicht atmen. Mein Sprechen hängt ab vom Atem. Denn ohne Atem kann ich nicht sprechen, habe ich keine Stimme. Mein Sprechen hängt ab von meinen Stimmbändern. Meine Stimmbänder hängen vom Körper ab und so weiter. Wir sehen, wir müssen voneinander abhängig sein. Unsere körperliche Energie ist abhängig vom Herz. Das Herz ist abhängig vom Tod und so weiter und so weiter. Und schließlich sind wir vom Vater abhängig. Wir sind abhängig von dieser Erde. Wenn die Erde keine Frucht hervorbringt, kein Gemüse, kein Gras. Zuerst einmal werden die Tiere, die Gras essen, nicht leben. Und die Tiere, die anderes Fleisch fressen, die können auch nicht leben. Und wir hätten nichts zum Essen. Seht ihr, wie abhängig wir sind? Wir sind abhängig von Gott. Wenn Gott den Sauerstoff von dieser Erde nehmen würde, würde alles vergehen. Und die Erde würde werden wie ein Mond oder Venus oder Mars. Es ist lächerlich, wenn Menschen zum Mond oder Venus oder Mars gehen und danach Leben suchen. Sie haben schon Bilder gemacht. Seht ihr nicht, dass es leblos ist? Wo es keinen Sauerstoff gibt, gibt es kein Leben. Es ist wegen uns, dass wir den Sauerstoff haben. Es ist wegen der Menschen, dass das ganze Universum sich bewegt. Die Erde ist die einzige mit Sauerstoff und Sauerstoff bedeutet Leben. Und Gott der Vater ist dieses Leben. Ist das nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar, dieses Wissen zu haben, zu wissen, dass wir die Kinder des lebendigen Gottes sind? Wir sind hundert Prozent von ihm abhängig. Um frei zu sein vom Selbst bedeutet, mehr von ihm abhängig zu sein. Bis du völlig von ihm abhängig bist. Diejenigen, die durch den Geist geboren sind, sind wie Wind. Du weißt nicht, wo sie herkommen und wohin sie gehen. Diejenigen, die von Gott geboren sind, sind nicht mehr. Denn sie können nicht mehr. Sie haben nicht die Fähigkeit bekommen. Denn Gott hält sie. Das Selbst ist weg. Könnt ihr das verstehen? Könnt ihr das ermessen? Es ist so einfach. Es hat mich 40 Jahre gekostet, das zu lernen. Aber dank sei Gott, ich habe es gelernt. Und ich versuche, die Frucht davon in meinem Leben hervorzubringen und es funktioniert. Vielleicht erzähle ich euch morgen Abend, was der Herr tut, was passiert. Es ist gewaltig. Wir haben auch das Wort Gewalt. Das kommt vom Yiddischen. Es ist wirklich gewaltig. Wenn ihr kein Selbst habt, dann seid ihr eine leere Röhre. Ihr seid eine leere Röhre. Und es ist immer leer. Immer leer vom Selbst. Wenn der Herr dich füllt, wunderbar. Und wenn nicht, fein. Aber es ist schön, leer zu sein. Denn dann kann er dich mit dem Wahren füllen. Er kann uns nicht vertrauen. Er kann uns nicht vertrauen, wenn ihr es immer noch voller Selbst sind. Ich weiß, ihr möchtet gerne gesalbt sein und die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr hättet gerne das Wissen. Ihr hättet gerne die Weisheit. Ihr würdet gerne Zeichen und Wunder hervorbringen. Ihr möchtet gerne groß sein. Warum sind wir noch nicht groß? Selbst. Gott kann uns nicht vertrauen. Wenn wir völlig selbstlos werden, seinem Willen unterworfen, dann kommt die Größe. Aber die Menschen sehen nicht mehr dich. Sie sehen Jesus. In Realität. Und wenn jemand dich verheirlicht, dann wirst du verlegen sein. Dann wirst du verlegen sein. Was? Ich? Du denkst, ich könnte solche Gedanken haben? Denkst du, ich könnte diese Wunder tun? Denkst du, ich könnte diese Wunder tun? Denkst du, ich könnte diese Wunder tun? Bist du vom Verstand verlassen? Es ist völlig der Heilige Geist. Ich bin nur eine kleine, offene Röhre. Er füllt mich und lässt es fließen. Leere Kanäle. Now, there's a lot of people that come to me and they say to me, well, should we put the armor of God on? How many times a day do I have to put it on? A day? Einmal am Tag? None. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du sie schon. Du schläfst in der Waffendustung Gottes, du nimmst dann mir die Dusche und das rostet nicht. Du hast sie schon. Schmeiß dieses Bild aus deinem Verstand. Manche Menschen sagen, jetzt setze ich den Helm auf, jetzt mache ich das und jenes. Garbage. Es ist Unsinn. Es ist immer etwas selbst. Ich tue was für den Herrn. Herr, schau mich an. Jetzt tanze ich, Herr. Ich klatsche in die Hände. Segnet mich dafür. Ihr Dummköpfe. Aber so denken wir. Wir versuchen Gott in eine kleine Schachtel zu pressen und dann versuchen wir ihn zu manipulieren. Herr, du musst mich segnen, weil ich faste. Wisst ihr, da kam mal eine Frau zum Pastor und sagte, ich bete und bete und bekomme keine Antwort. Er hatte ihr so viele Ratschläge bereits gegeben und keiner davon hat funktioniert. Schließlich sagte er, bist du ganz spezifisch? Du musst spezifisch sein in deinen Gebeten. Und ich habe mir das auch angehört und war auch spezifisch in meinem Leben. Und ich war auch spezifisch. Und der Herr hat das geehrt. Aber wisst ihr, das ist immer noch eine kleine Bildung von Gott. Sohn, was sagst du? Lord, I am very specific. Ich bin ganz spezifisch. Heal me. Heile mich. Okay, was ist es denn? Ruckenschmerzen. Was? Spezifisch. Rückenproblem. Lied meine Lippen ab. Ich bin sehr spezifisch. Ist das nicht lächerlich? Der Allmächtige Gott braucht deine spezifischen Gebete. Das ist Religion. Schmeiß es raus. Du brauchst es nicht. Wenn du heute Abend gekommen bist, dann werde frei von Religion. Es ist nicht, was du sagst oder was du tust, was Gott wohl gefällt, sondern was du bist. Amen. Was du bist. Und wer bist du? Ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und die, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne und Töchter Gottes. Und dann fragst du, wie sollen wir dann beten? Oh, I'm already so confused. Sollte ich nicht spezifisch sein? Natürlich. Warum? Aber leg nicht den Schwerpunkt auf dieses spezifisch sein. Es ist nicht, was du sagst. Es ist, was du empfindest gegenüber deinem Vater. Was in deinem Herzen ist. Liebst du ihn? Sag ihm das. Habt ihr Schmerzen? Sag ihm das. Du musst ihm das nicht auf religiöse Art sagen, sondern du kannst ihn einfach informieren, was los ist. Und dabei geht es um Kommunikation und Beziehung. Ansonsten wäre unser Leben sehr elend. Wenn Gott nur da wäre in diesen speziellen Gebetszeiten, wo wir Kerzen anzünden, das Licht zurückschalten und sanfte Musik anstellen und sagen, Herr, jetzt komme ich zu dir. Du musst mich segnen. Weil du die Katzen angezündet hast. Weil du das Licht zurückgescheiden hast. Und du bist bereit zum Herrn zu sprechen, deswegen muss er mit dir sprechen. Er möchte immer mit dir sprechen. 24 Stunden am Tag. Er spricht sogar zu dir, wenn du schläfst und du weißt es noch nicht. Er gibt dir Freude, wenn du es nicht weißt. Und ein Mann kann sich gerade rasieren und der Herr kann sprechen. Und der Herr hat es für Humor und spricht zu mir unter der Dusche. Das erste Mal, als er zu mir gesprochen hat, sagte er, wasch nicht das Äußere, sondern das Innere. Du bist so beschäftigt damit, das Äußere zu waschen. Ich bin sein Sohn, also kann er jederzeit, wenn er will, mit mir reden. Junge Menschen gehen in die Bibelschule. Und sie haben Gebetszeit. Um 10 Uhr haben wir eine Gebetszeit. Von 10 bis 11 Uhr werden wir beten. Und wir geben euch 15 Minuten die Stimme Gottes zu hören. Also beten sie 45 Minuten. Geben 15 Minuten hin, um die Stimme des Hand zu hören. Und fragen dann, habt ihr was gehört? Oh, ja. Jeder erfindet dann irgendwer. Ich sage euch die Wahrheit, das passiert wirklich, das ist Religion. Denkt ihr, dass Gott jemand ist, der rund um die Uhr spricht und einfach bla 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 sagt? Und plötzlich kommt ihr in diesen Strom rein von dieser Radiowelle und dann habt ihr's. Propheten Gottes sagten in der Bibel. Propheten Gottes sagten in der Bibel. In the year of King Uzziah, in the third reign of something like this, the word of the Lord came to me. Das war nicht jeden Tag. In a certain year. In a certain point in the reign of some king. An a certain point in the reign of some king. Es ist nicht, wenn du bereit bist, dass Gott spricht, sondern wenn er bereit ist. Deswegen kannst du ihn nicht zwischen 10 und 11 Uhr reinpressen. Dann machst du dich selber zum Herrn und er ist nicht der Herr. Und dann bist du enttäuscht, dass er nicht gesprochen hat. Und dann bist du enttäuscht, dass er nicht gesprochen hat. Und ich kriege diese Menschen immer wieder, die sagen, der Herr spricht nicht zu mir. Er hat bereits zu dir gesprochen und du hast es vergessen. Er hat zu dir gesprochen im Supermarkt und du denkst, das ist nicht die richtige Art und Weise die Stimme des Herrn zu hören. Das ist nicht Gottes Problem. Das ist dein Problem. Das ist dein Problem. Er kann sprechen, wo immer er will. Er möchte dir eine Information geben. Er wird manchmal sagen, hilf doch dieser Witwe. Hilf doch dieser Witwe. Das könnte die Stimme des Herrn sagen. Hilf jemanden auf der Straße. Grüße jemanden. Besuch jemanden. Geh ins Krankenhaus. Der Herr kann so sprechen. Und wenn du nicht im kleinen Treu bist, wie kannst du dann im großen Treu sein? Wir müssen in der ersten Klasse anfangen und dann in der zweiten weitermachen und nicht gleich zur zehnten springen. Und jemand sagt zu mir, du redest von Stufen. Ja, das tue ich. Das ist richtig. Da waren drei Jahre zum Lernen. Für die Jünger. Und sie waren Jünger. Und dann wurden sie Apostel. Was ist geschehen? Sie haben einen Abschluss gemacht. Sie haben ein Diploma. Jesus predigte drei Tage lang. Das war die allerlängste Botschaft. Jesus predigte drei Tage lang. Das war die allerlängste Botschaft. Die Menschen saßen an dem Berg der Seligpreisung und er lehrte sie drei Tage lang. Da waren keine Zeichen, keine Wunders. Nur das Wort. Sie kamen so tief in das Reich Gottes rein. Und verstanden die Prinzipien und Gesetze des Königreichs. Und Jesus sprach die meiste Zeit über die Gesetze des Königreichs. durch Parables, durch Vorbilder, durch irgendwelche Hinweise. Und dann haben sie auf einmal festgestellt, oh, wir haben Hunger. Was habt ihr da? Oh, nur zwei Fische und etwas Brot. Bringt es her. Und dann hat er es vermehrt. Und es war leicht. Die Nahrung war da. Die Not war da. Das habe ich im Brief geschrieben. In meinem Haus, da hatte ich Pastoren aus Polen und hatte nicht genug zu essen. Es gab Spaghetti und der Herr hat es multipliziert. Und ich sah mir das an und dachte mir, das ist vielleicht für drei genug, aber nicht für fünf. Ehrlichkeit vor Gott. Ich nahm es auf den Teller, gab es der Frau. Und ich schaute, war immer noch dasselbe drin. Ich nahm es auf den Teller, gab es der Frau. Ich nahm es auf den Teller, gab es der Frau. Ich sah, es war immer noch dasselbe drin. Und ich machte weiter und weiter, es war immer noch dasselbe. Und dann komme ich fast zum Ende und es ist die Hälfte geworden. Und jeder hatte auf seinem Teller Spaghetti, aber im Topf war immer noch die Hälfte. Ihr wisst ja, dieses Sieb. Es war ein kleines. Und wir hatten die großen Platten. Und danach war eine Platte noch übrig. Und jemand sollte noch kommen und saß am Tisch. Er saß, diese Platte stand da und keiner kam. Und ich musste gehen, um zu dienen, ungefähr drei Wochen lang. Und dann bin ich zurückgekommen. Und ich habe den Kühlschrank geöffnet. Und die Spaghetti waren immer noch gut und dann habe ich sie gegessen. Ganz im Ernst. Der Herr hat sie frisch gehalten. Es war mit Soße und allem. Ich habe es einfach nur noch in die Mikrowelle. Und der Herr wusste, ich würde heimkommen am Freitag und ich war hungrig und es war Schabbat und alles war schon zu. Wisst ihr, der Not muss begegnet werden. Und wenn das Selbst weg ist. Und du bist leer wie eine Tasse. Und du bist leer wie eine Tasse. Und du hast so eine Not. Du musst gefüllt werden. Wenn du etwas Großes für Gott tun musst. Oder in Gott. Etwas Geistliches. Ob es jetzt um Heilung geht oder um Brotvermehrung. Oder um ein Wort der Weisheit oder der Wort der Erkenntnis weiterzugeben. Du bist wie ein leeres Gefäß. Und plötzlich kommt der Geist des Glaubens. Und er gibt dir für diese Zeit, für diesen Moment, das, was du brauchst. Und normalerweise ist es gut, wenn man etwas braucht für andere. Zum Beispiel nehmen wir an, in unserem Haus gibt es keine Nahrung. Vielleicht genug für eine Person. Und fünf Personen kommen. Da brauchst du den Geist des Glaubens. Du könntest vielleicht zu deinen Nachbarn gehen und was holen, aber vielleicht stehst du nicht so gut mit deinen Nachbarn. Oder sie sind weit weg. Was tust du dann? Weißt du, wenn immer du dich vom Herrn abhängig machst, dann bist du völlig selbstlos. Er muss dir den Geist des Glaubens geben. Er muss. Denn du bist sein Kind. Er hat dich geschaffen. Er hat dich auf diese physische Erde gestellt. Und er hat dir Nahrung gegeben. Er muss es vermehren. Zwei Mal in meinem Leben hat der Herr Nahrung vermehrt. Spaghetti und eine halbe in Äthiopien. Einmal was Spaghetti und einmal eine äthiopische Speise. Und der Herr hat es vermehrt, weil die Not so groß war. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Es ist nicht irgendwas mit Hokus-Pokus. Es ist eine ganz normale, natürliche Sache. In Kana war Jesus auf der Hochzeitsfeier. Und ihnen ging der Wein auf. Und das Fest ging immer noch weiter und sie brauchten mehr Wein. Und jemand hat einen Fehler gemacht. Aber der souveräne Gott hatte es so geplant. Also sagt Jesus, was, ihr habt keinen Wein mehr? Da ist eine Not. Eine große Not. Füll es mit Wasser. Habt ihr Wasser, also füll diese Krüge mit Wasser. Was auch immer ihr habt, füll es rein. Und er hat das Wasser in Wein verwandt. Der Herr zeigte mir, dass Wasser in Wein verwandt, leichter ist, als die Kranken zu heilen. Denn bei der Krankenheilung ist der freie Wille mit dem Spiel. Du bist vom Herrn abhängig. Völlig. But you see, at the pool of Bethesda, there were many people who needed healing. But only one was there to be healed. All the other ones had their backs towards Jesus, only the one had his eyes on Jesus. The others were looking at the pool, and this man looked at Jesus. And he says, look at me. I am the only one that doesn't look at the water, because there are so many crowds looking at the water, you probably didn't see even the water. Can you imagine that? If you would be sitting like you sit right now and watch at the pool, and Jesus would come through this door, you would not even see it. But if somebody would be by the door, just like this lame man, then suddenly the miracle would take place there, but not here. That's why he said, many were lepers in the time of Elijah, only Naaman was healed. But there were many lepers. There were many widows in the time of Elijah, the prophet. But only to the woman of Zarafet he was sent to. Zarafet. Yes. And where the Lord multiplied the oil also. So you see, there were many, but why? But why only few were healed? Why if you experienced the miracles of God? The will, the will. Now, when the self is gone, your will is bound up with the will of the Father. And you are ready to have the spirit of faith all the time. Brother Smith Wigglesworth had the spirit of faith. And it would come upon him. And he would act upon it with absolute surety. And he would act upon it with absolute surety. He would not doubt one percent. And he was hard. He was hard on himself, he was hard on the people. Because when you have the spirit of faith, you have nothing to do with yourself. You must do exactly what the Lord shows you. You must do exactly what the Lord shows you. I read once in a book that there was a woman that was so weak, she couldn't stand. I think she had a cancer in her stomach. And he would hit her in the stomach. And she would go down. And then they would pick her up. And he would do it again. And somebody would stand up and say, you rude man. And he says, yeah. You keep your nose in your business, now keep my nose in my business. You do what it's your business, I do what's mine. I would dare to say he was possessed of the spirit of faith. Totally. And when his wife died, she said, you cannot die on me. Come back. And she came back. And she says, listen, it is better for you and it's better for the ministry if I go. She says, no, you cannot go. No, please let me go. No, I won't let you go. She convinced him finally that it's better for him to be without her. And then as soon as he relinquished, she went to be with Jesus. You begin to be a supernatural person. That's the spirit of faith. Do you still want it? Many are called, but few are chosen. What's the price? You don't care what people think. You don't care what they say. Because there is no self. Then you can be possessed of the spirit of faith. You are not reserved. You get into the word of God right away. You get into praise and worship right away. Nobody has to pull you in. Warm you up, you know. Pet you on the shoulder. Until you lose your self-reservation. Or fear of men. Or whatever else. We always expect that somebody else in front to do it for us. And now the Lord wants you to do it yourself. Decide. To let all of the self. Not everybody will be able to. But I think it's a wonderful message to think about. And to analyze that. And to hear it over and over again. And then presenting it before the Lord. And you can say, Lord. I'm tired of self. I'm tired of struggling. I'm tired of performing. I'm tired of praying and not having my prayers answered. I'm tired of believing and not having any results of this belief. See, because you need the faith of God. God cannot give you the faith of God that moves mountains. when there is self. Hey, I want to show you something today. What? You see this mountain? Go! Go straight to Russia, to Moscow. Because I'm afraid of Russians. That self would do. Do you see this rock? Break away. And fall on my neighbor's house. I hate my neighbor. That would be witchcraft. You see what happened to Elisha. He did not know what he had. When he got the mantle of the prophet Elijah. And he was clothed. With the power of God. And the little kids came out and said, hey, you're bold headed. Come here. Glatzkopf. Come up here. Come up here. Come up here. Come up here. And what did he do? He cursed him in the name of the Lord. And two female bears came out of the forest and ate after kids. He just got it. And he did not know what he had. There was still self. He never repeated that mistake. But he was responsible for the death of 42 kids. But he was responsible for the death of 42 kids. That's right. That's right. Even when you read the Bible and say, oh, 42 kids died for. And they were born. No. God cannot give us his power. He cannot give us the power of faith. If we are not learning from Jesus to be humble and gentle and broken. Only then. Only then. Only then God can entrust you with great things. You see, God can trust Brother Reinhard Boncke. Because he's totally given over to world evangelism. And that's why God blesses him. And he will bless him even more. Because he has a passion for souls. That is a sign of selflessness. Not to be blessed. Yourself. But to fulfill your mission on this earth. Such people will enjoy eternity forever. And here on earth. Because there cannot be a greater joy than serving the Lord. Soon I will not be preaching in places like this. I'm going into the European Evangelism. So I would ask you to stand with me in this way also that you would have a fruit. Beginning next year. We will begin to do it first in Rotterdam, then Amsterdam, all over Netherlands, then going to England. Because I'm an Evangelist. Bible teacher is my second calling. And Bible teacher is my second calling. I was called as an Evangelist. I was called as an Evangelist. And since I was called. And since I was called. I was called as a lion in a cage. I want to go and evangelize. But the Lord told me to make disciples. Aber der Herr hat mir aufgetragen, jünger zu machen und in guten Samen auszustreuen. Und ich habe guten Samen ausgestreut in Ost- und Westdeutschland, in viele verschiedene Gemeinschaften. Und in Frankreich, in Schweiz, in Austria, in Netherlands, in Denmark, in Poland, in England, in Rumänien, in Hungary, in Czechoslovakia, in Russia, und so weiter in Amerika, Guatemala, Mexico, Argentina, Brasilien, Paraguay, Etiopien, Kenya. Egypt, Israel, I can go on and on. All these countries, Natalia and I, we were sowing the good seed. Wo Tausende und Abertausende von Seelen gerettet wurden. Und in Deutschland habe ich meistens auf die Weise gesät, um Jünger zu machen. Aber dann müssen die Jünger auch teilhaben, selbst teilnehmen. Die Jünger müssen aktiv sein. Die Jünger müssen aktiv werden. Das Selbst kann nicht für immer gesegnet sein. Du kannst stapelweise Lehrkassetten haben. Und du willst dich selbst segnen. Und du kannst es nicht. Du wächst für andere. Du bist gesegnet für andere. Gott ist nichts in sich selbst. Gott ist alles durch seinen Dienst. Wie er sich bewegt und alles erfüllt, Gott ist allgegenwärtig. Wie Gott sich bewegt und alles sieht, ist er allwissend. Und genauso wie er sich bewegt und wie der Wind weht, genauso ist er allmächtig. Nur in der Bewegung, nicht in der Stagnation. Wenn etwas bleibt, wie Wasser an einem Ort fest, dann stirbt es. Wie Sümpfe. Das Wasser bleibt dort und dann schlüpfen Moskitos und Malaria kommt. Der Geist des Glaubens kann niemandem gegeben werden, der sich nicht bewegen will. Der Geist des Glaubens ist nicht für dich, sondern für die anderen. Du bist nur die offene Röhre. Das ist die Kraft Gottes, die durch dich geht. Gott hat es so erwählt. Er hat uns erwählt, damit wir offene Kanäle sind. Nicht nur Gefäße. Die Gefäße, wenn sie gefüllt sind, müssen sie überfließen. David sagt, mein Becher läuft über. Es fließt über. Wohin fließt das, was überläuft? Zu anderen. Das ist ein Leben der Selbstlosigkeit. Wollt ihr das? Seid ihr gesegnet worden? Habt ihr etwas Neues heute Abend gelernt? Ich weiß, von Zeit zu Zeit habt ihr sicherlich gesagt, das ist was Benjamin sagt. Das ist Neu. Ich kam nach Rotterdam und die Menschen sagten, das ist eine neue Lehre. Genau das ist mit Jesus passiert, als er kam, sagten die Leute, das ist eine neue Lehre. Und sie waren gespalten über Jesus. Und einige sagten, er ist gut. Andere sagten, er verführt das Volk. Die 70 Jünger kamen. Die 70 Jünger kamen. Die Schatten, Zeichen und Wunder im Namen Jesus. Jesus sagte, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Und dann sagten sie, das ist eine harte Rede. In Johannes 6, Vers 66, it says. Und in Johannes 6, Vers 66, many of them left Jesus and never followed him. Heißt, dass viele Jesus verlassen haben und nicht mehr mit ihm gegangen sind. Und was hat Jesus gesagt? Das Fleisch bringt nichts, der Geist bringt Leben. Das Wort Gottes muss geistlich verstanden werden. Und ihr seid geistliche Menschen. Und dieses Wort ist ein Samen. Wenn ihr euch den Samen anschaut, dann seht ihr nicht den Baum oder die Brucht. Ihr seht nur den Samen. Benjamin sagt mir, dass dies ein großer Baum wäre. Aber ich sehe nur einen Samen. Der Glaube Gottes ist ein kleiner Samen. Aber wenn er gesät wird in den Grund, dann wird es zu einem großen Baum. Denn es ist der Glaube Gottes. Was den Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich. Und Gott möchte es in uns reinpflanzen. Aber der Boden dafür ist nicht das Selbst. Es ist Selbstlosigkeit. Dienen ohne Selbst. Natürlich müsst ihr euch mal ausruhen. Du kannst auch müde werden zu dienen. Ich bin auch ein bisschen müde zu dienen. Und ich werde jetzt bald in die Schweiz gehen. Und nach einigen Veranstaltungen werde ich mich wahrscheinlich nur etwas ausruhen. Und dann ist wieder die Vision zu dienen. Jeder hat einen anderen Dienst. Wir sammeln Kleidung. Um sie nach Israel zu senden. Du kannst ganz fremde Menschen im Krankenhaus besuchen. Ja, und für sie beten. Sie ermutigen. Sie werden schneller wieder zur Besserung gelangen. Du wirst bereit sein für den Geist des Glaubens. Finde raus, wo sind hier die Weisen. Geh hin und besuch das Weisenhaus. Ich liebe es, ins Weisenhaus zu gehen. Ich habe es in den Staaten getan, in Argentinien und in Israel. Ich spiele Gitarre und tanze mit ihnen. Ich habe sie überall um mich herum. Einen auf den Knien, auf der Schulter und auf der anderen Schulter. Oder ich schnappe mir die kleinen Kinder und tanze mit ihnen. Ich bin danach müde. Aber die Freude ist unbeschreiblich. All diese Dinge sind unsere Frucht. Dafür leben wir. Du bist das Licht der Welt. Versteck es nicht. Du hast nichts zu verbargen. Schäme dich nicht des Evangeliums. Schäme dich nicht dessen, was du bist. Stell das Licht auf die Menorah, auf das Lampengeschirr. Und lass es ausstrahlen, zu allen Menschen. Du hast Jesus in deinem Herzen. Du hast das Licht der Welt. Und das macht dich zum Licht der Welt. Also lass Jesus durch dich strahlen. Das Selbst bedeckt nur das Licht Jesu. Lass ihn strahlen. Johannes sagte, Johannes der Täufer, ich bin nicht würdig, die Riemen an den Zandalen von Jesus zu lösen. Ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Er war ein typisches Beispiel der Selbstlosigkeit. Er sagte, ich bin nicht würdig. Ich muss abnehmen. Und er hat abgenommen. Er wurde zu nichts. Jesus wurde alles. Aber selbst Jesus hat sich zu nichts gemacht, um jemand zu sein. Es ist ein sehr tiefes Thema. Ich liebe es, darüber zu sprechen. So viel, wie ich zu euch spreche, spreche ich zu mir selbst. Und es ist ein wundervoller Prozess. Lasst uns bitte aufstehen. Wir bitten dich an zu kommen. Bringt den Heiligen Geist. Bringt den Heiligen Geist. Er ist da. Preist den Herrn. Springt da rein. Warte nicht, reingezogen zu werden. Er ist da. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für den Heiligen Geist. Danke für die Kraft. Bitte betet jetzt mit mir. Herr Jesus, ich gebe mich selbst dir. Ich gebe dir mein Ich, mein Ego. Die Zeit ist gekommen. Es zu nichts zu machen und zu zerstören. Ich möchte für dich leben und dir dienen. und ich danke dir, Herr, dass dein Joch sanft und deine Last leicht ist. Ich nehme dein Joch auf mich und ich lerne von dir. Denn du bist sanft und du bist demütig. Ich möchte von dir lernen. Ich komme in mein Herz. Ich komme in mein Herz. Ich komme in meinen Verstand. Ich komme in meine Seele. Ich komme in meinen Geist. Ich komme in meinen Körper. Heile meine Gefühle. Heile meine Gefühle. Heile meinen Körper. Heile meine Wurzeln. Vergib die Sünden meiner Vorfäder. Reinige mich. Mach mich zu einem völlig neuen Baum. Mit viel Frucht. Ich gebe meinen Willen dir hin. Ich bin dein Herr. Für immer und ewig. Amen.